Na. Was ist denn jetzt, Erik? Was ist denn los? Mir ist gerade etwas eingefallen. Was ist dir eingefallen? Wo ich ihn schon einmal gesehen habe. Was soll das heißen? Armstrong. Ich habe Eve gesagt, er käme mir bekannt vor. Du kennst ihn? Ja. Und woher? Vom Gericht. Sein Name ist Sergeant Reginald Berkeley Armstrong von Scotland Yard. Was? Sein Kriminal? Stimmt das, Reggie? Ja, genau. Ich wundere mich schon lange, dass Sie nicht früher draufgekommen sind. 1958 war das, nicht? Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war es eine Verhandlung wegen eines Raubüberfalls. Und Sie machten Ihre Sache sehr gut. Ja, was denn das? Dann lassen Sie, Max, ich gehe ja selbst da die Tür. Einen Moment bitte. Kommen Sie herein, Paul. Bitte schön. Wer sind Sie? Inspektor Paul Romer von der Schweizerischen Bundespolizei. Jetzt ist der Inspektor schon eine Viertelstunde mit Reggie im Esszimmer. Wie lange er uns wohl noch warten lässt? Ich verstehe nichts mehr, Erik. Ich verstehe nichts mehr.